Ich bin Kurti, der Neffe von Onkel Kall. Ich wollte mich auch vor Festtage erwischen gehabt haben. Und dann natürlich einen guten Rutsche. Ja, der Onkel, der kommt noch wieder. Aber der hat im Moment gerade das Problem, dass er mit Leuten aus anderen Gefilden spricht. Quasi aus den tiefsten Tiefen der tiefen Tiefen. Ja, das wollte ich euch nur gesagt haben. Und entweder kommt noch heute was oder morgen. Aber auf jeden Fall meldet sich Onkel Kalle bei euch. Ihr wisst ja, er macht das. Und die Spenzer-Truppe natürlich auch. Ja, hach, ich durfte Spenzer sagen. Welches Vergnügen für mich. Also, meine Lieben, wir hören uns. Ich bin der Kurti, der Kurti, der Kleine. Ja, aber irgendwann werde ich auch so wie mein Onkel, wie Onkel Kalle. Angebe ich sich auch schon so ähnlich aus. Mhm. Also, bis dann, Leute. Euer Kurt mit Gott. Tschüss. 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 Tschüss.